Herzlich Willkommen zu Franconia Investor und heute soll es mal um Koffersysteme gehen. Wer meine Videos aufmerksam beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass ich zwei verschiedene Koffersysteme habe. Zum einen hier auf der linken den Sustainer von Thanos und zum anderen hier auf der rechten die L-Box von Sortimo. Ich habe vor einiger Zeit mal kritisiert, dass sich Bosch leider für das schlechtere der beiden Systeme, nämlich für die L-Box entschieden hat und wir wollen heute mal ausführen, warum ich das so sehe. Fangen wir mit dem Sustainer von Thanos an. Oben ein neuer T-Log Sustainer, unten der Sustainer Classic. Ich habe den mal mitgebracht, weil auch bei der L-Box hat es vor kurzem einen Generationswechsel gegeben und obwohl der T-Log mittlerweile seit ein paar Jahren auf dem Markt ist, findet man immer noch Angebote mit dem Classic Sustainer. Auch die Werkzeuge von Makita kommen mittlerweile in einem mit dem Classic kompatiblen Containersystem, dem sogenannten Makpak. Classic Sustainer sind auch mit den T-Log Sustainern kompatibel, allerdings muss dabei der Classic Sustainer immer unter die T-Log Sustainer. Die Classic Sustainer haben insgesamt vier Schnapper, zwei davon auf der Vorderseite und jeweils einen auf jeder Schmalseite. Die muss man alle öffnen, um die Verbindung zu lösen und so in der Nachbetrachtung ist das schon ein ziemlich hakeliges und unschönes System gewesen. Also weg damit, soll hier eh primär um den T-Log Sustainer gehen. Der kennt drei verschiedene Status, L für Locked, O für Open und C für Connected. Und gerade das Verbinden ist bei den T-Logs super einfach und mit einer Hand zu machen. Einfach den anderen Sustainer oben drauf stellen, hinten anschlagen und vorne zudrehen. Schon sind die beiden miteinander verbunden. Das Schöne am T-Log, der untere Sustainer lässt sich weiterhin öffnen. Außerdem handelt es sich beim Sustainer wirklich um ein System. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Lego für Große. Heißt konkret, ein T-Log Sustainer 3 ist genauso hoch wie zwei übereinander gesetzte T-Log Sustainer 1 und zwei übereinander gesetzte T-Log Sustainer 2 sind so hoch wie drei T-Log Sustainer 1 oder jede Kombination daraus. Also nicht ganz wie bei Lego, aber doch sehr nah dran. Und es gibt die Sustainer von Haus aus in zahlreichen Farben und man hat nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten durch verschiedene Griff- und Verschlussfarben. Der nächste große Pluspunkt der Sustainer ist das Euromaß. Euroboxen bekommt man ja mittlerweile in jedem Baumarkt und auch zum Beispiel die Aufbewahrungsboxen von Linton basieren auf Auer-Euro-Kisten. Und da passen die Sustainer einfach so drauf. Man kann die also problemlos dann mit einem Transportroller durch die Gegend fahren. Und es gibt ja noch eine nicht ganz unwichtige Transportkiste mit Euromaß. Die Bierkiste. Setzt mal darüber hinaus die Bierkiste unter. Die Sustainer ist das Ganze auch noch mal besser gegen Verrutschen gesichert wie andersherum. Sustainer gibt es auch in einer Mini-Ausführung sowohl als Klassik als auch als T-Lock. Und die passen nebeneinander sehr schön in einen großen Sustainer. Leider lässt sich ein T-Lock Sustainer 1 dann nicht mehr schließen. Alle anderen Größen sind natürlich kein Problem. Vom T-Lock Sustainer gibt es mittlerweile sogar eine Mikrovariante. Die benutze ich hauptsächlich zur Aufbewahrung nicht aufgeladener Batterien. Aber zum Thema Aufbewahrung von Kleinteilen gibt es in naher Zukunft sowieso ein weiteres Video. Die Beschriftungsmöglichkeiten beim Sustainer sind sehr schön gelöst. Es gibt insgesamt vier Taschen, in die man Schilder einstecken kann. Die haben genau das Format einer Visitenkarte. Mit jedem Sustainer kommt eines der durchsichtigen Abdeckplättchen mit. Weitere kann man sich als Zubehör kaufen. Kommen wir zum Herausforderer. Der L-Box. Die hat an den Schmalzeiten zwei Erhöhungen, in die man dann die nächste Box klicken kann. Bei der alten L-Box, die neue nennt sich LB4, die alte hat keinen expliziten Namen, rastet außerdem der Griff in ausgeklappter Stellung ein. Einfach mal eine Box draufstellen mit einer Hand. Nur unter Gefahr für das Parkett möglich. Das mit dem Verklicken funktioniert übrigens so lange super, bis man nicht so genau trifft. Und je höher der aufzusetzende Turm ist, umso schwieriger wird das mit dem Treffen. Man kann auch nichts verschieben. Es hilft nur hochheben und einen neuen Versuch starten. Blindes Aufsetzen und einhändiges Verketten wie beim Sustainer ist mit der L-Box faktisch nicht möglich. Auch nicht möglich ist es, eine alte L-Box im Turm zu öffnen. Die L-Box wurde ja entwickelt, da waren die Mängel des Sustainer Classic längst bekannt. Warum man da nicht den größten direkt mit abgestellt hat, verstehe ich nicht. Das Öffnen von Boxen im Turm ist tatsächlich erst mit der neuen LB4 möglich. Ich habe daher mal kurz umgebaut. Die Bosch L-Box, die dritte von unten, ist eine solche LB4. Um die Boxen wieder zu lösen, muss man an der Seite eindrücken. Und zwar auf beiden Seiten. Einhändiges lösen also auch nicht möglich. Angeblich funktioniert einhändiges lösen mit der LB4. Ich habe es nicht hinbekommen. Die andere Seite hängt dann immer noch fest. Vielleicht braucht man auch zwei LB4 dazu. Ganz unten sehen wir auch die beiden möglichen Farbvarianten. Entweder in weiß mit schwarzen Scharnieren oder in schwarz mit blauen Scharnieren. Wer andere Farben bei der L-Box will, muss zu gebrandeten L-Boxen greifen. Beim Beschriftungsthema versagt die L-Box leider auch. Ich drehe die hier einmal rundherum und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Beschriftungen an die L-Box anzubringen. Außer man greift dann zu eigens hergestellten Klebefolien. Das macht man dann aber halt nicht mehr mit dem heimischen Drucker. Es gibt natürlich trotzdem ein offizielles Beschriftungsset. Jeder, der sich das angesehen hat, wird festgestellt haben, dass er die 3,30 Euro sparen kann. Hier noch einmal illustriert die Probleme, die auftreten, sobald man versucht, einen etwas höheren Turm mit L-Boxen zu verklicken. Kommen wir zu einem der Vorteile. Auch bei der L-Box gibt es eine Mini-Variante, gebrandet und ungebrandet. Und die passen genau in die Lücke zwischen den zwei grauen Boxen einer normal großen L-Box. Auch in die der kleinsten Höhe. Und die geht danach auch noch zu. Nicht irritieren lassen, im Video ist eine LB136 zu sehen. Also die zweite Höhe, die LB102, ist die drunter von Bosch. Ach, Menno, wir waren doch gerade bei den Vorteilen. Aber die Deckelpolster halten leider extrem schlecht bei der L-Box. Weiterer Vorteil, den man hier sieht, ist der serienmäßige Griff vorne an der L-Box. Das macht das Tragen einzelner Boxen hochkant deutlich angenehmer. Es gibt sowas auch zum Zurüsten für die Sustainer, aber das sieht dann auch relativ affig aus. Apropos Sustainer hier noch mal im Video. Das Verbinden eines größeren Turms, den man oben auf die Sustainer aufsetzt, das geht super schnell und super einfach. Drei kleinere Problemchen habe ich noch mit der L-Box. Das eine ist, dass es nicht wirklich ein System ist. Das heißt, man kommt nicht wieder auf die gleiche Höhe eines höheren Containers, wenn man kleinere L-Boxen miteinander kombiniert. Funktioniert also nicht so wie Lego. Dann ist das Grundmaß nicht Eurobox kompatibel. Das ist natürlich unschön, weil das Euroboxen Format mittlerweile sehr beliebt und eigentlich überall zu bekommen ist. Und das letzte Problemchen ist, dass die Boxen obendrauf nicht glatt sind. Man kann also nicht einfach ein größeres Bretter drauflegen und das Ganze als Basteltisch oder was auch immer verwenden. Dafür gibt es dann gegen entsprechendes Geld Sonderlösungen direkt für die L-Box.